yo leute und herzlich willkommen zum dritten pack opening bei pixel garden 3d und was mein spieler da gerade gemacht hat er hat durch magie gerade den pfeil der nach unten geflogen ist wieder hochgeholt obwohl er den noch nicht mehr berührt hat magie ok crazy aber wir machen dann weiter mit dem pack opening und vielleicht spendiert heute das spiel mal eine bessere ausbeute als beim letzten mal und zwei free spins hört sich doch gut an beim ersten mal habe ich ja 50 diamanten bekommen also jetzt auch noch ein umhang sturm irgendwas umhagen des strom pro tro per s ach geil was ist eine prima lente keine ahnung was ist das egal heute wenn wir genug geld haben hole ich mir diese waffe hier den hellraiser oder den bienenschwarm zauber ne ich glaube der nicht den hole ich mir nicht ok leute nächste runde neues glück und geld 5 und noch einmal und wieder gems 5 da haben wir ein kleines plus gemacht von zwei aber zwei fast eine neue runde aber nur fast und ich krieg ein umhang umhang des der zerstörung umhang der zerstörung erhöht den verteidigungs bonus der getragenen rüstung erhöht die chance einen kopf schutz wenn du eine waffe aus der was ist das emilio kategorie was ist das ich verstehe ich verstehe es nicht ich bin ich sorry also ich weiß es nicht egal neuerunde neuerunde neues glück und jetzt kommt bitte kamel kamer kamer ha me ha ha fuck you oh 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 Da sind wir wieder am Anfang. Es hat sich also im Prinzip gar nichts geändert. Außer das Geld. Jetzt gebt mir doch bitte eine Waffe. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Ein Freespin. Okay, Leute. Ich musste kurz ein paar Dinge machen. Zum Beispiel, ähm, oh, 50 Münzen, das ist doch eine gute Ausbeutung. Ja. Und diesen Kissbaum, genau, Weihnachtsbaum, Geschützturm, whatever. Also, jetzt kommt, glaube ich, die gute Phase. Und jetzt habe ich nämlich mir eine Brille, eine 3D-Brille, die ich aus dem Kino habe, rausgeholt. Und, ja, mal gucken. Vielleicht bringt mir diese 3D-Brille, ja? Glück. Ja, okay. Okay, jetzt setze ich sie auf. Ah, Kopfhörer. Hört sich jetzt nicht so gut an. Ernsthaft? Ich wünsche mir schon was Besseres. Und wieder ein Umhang. Alter, wie viele Umhänge und Kopfhörer und Anzug ich hier einfach bekomme. Und man muss sich das ja mal geben. Die ganzen Sachen kosten ja richtig viel. Warte mal, was war es denn da? Genau das. Ähm. Spezialwaffen. Spezial ist das. Okay. Genau das. Zahnrad-Werkzeuge. Ich weiß nicht, was ein Zahnrad-Werkzeug sein soll, aber egal. 51. Hm. Okay, jetzt kommt die goldene. 28. Oh. 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 Das war gut. Das war gut. Das war gut. Aber auf eine Waffe warte ich immer noch. Oh. Ich bin froh, nicht an die Schule zu denken. Und dann bekomme ich sowas. Oh. Nö. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Die letzten. Oh. Komm bitte nochmal ein 50er-Diamant zurück. Ähm. Glück. Sag ich mal. Wenn ich das nochmal hätte. Wenn ich das nochmal hätte. Oh. Ist auch nicht schlecht. Also. Wenn ich das bekomme, dann bin ich über happy. Okay. 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 Oh. Man darf sich bei 10 auch nicht beklagen, sag ich mal. Aber. Ich finde schon. Ich finde schon. Ich möchte. Komm bitte. Bitte bringen wir irgendwas Gutes. Entweder eine Waffe oder. Ähm. Ähm. Das würde ich eigentlich nicht haben. Ähm. Entweder gibt mir jetzt eine Waffe oder 50 Diamanten. Also. Wenn ich eins der beiden Sachen bekommen würde. Wäre ich ja schon über happy. Und. Würde kein Freespin mehr kommen. Bekommen. Wäre ich auch super happy. Ich werde so langsam. Ja. Okay. Danke. dass ich mir jetzt die Waffe kaufen darf. Aber ich will trotzdem jetzt weitermachen. Ich werde nicht aufhören. Aquaman. Nein. Das ist Eiskönig. Eiskönig. Äh. Ich bin nicht unverfroren. Ha. Okay. Ich kann nicht so gut schnitzen. Oh. Äh. Ich befürchte. Ich muss dann nicht aufhören. Aber dass mein Speicher voll ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Äh. Was wollte ich tun? Ach ja. Waffe kaufen. Okay. Und jetzt. Kommen die letzten. Dre. Äh. Sechs Runden. Ich habe immer noch meine. Brille auf. gesetzt. Und ich sehe. Nicht gerade scharf. Riesen Kopf Tränke. Ist das dein Ernst? Außerdem benutze ich den Sandkasten Modus noch nicht mal. Also jetzt komm bitte. Ich bin. Ich lade sie auf. Ich lade die Genki Dame auf. Genki. Da. Oh. Geh. 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 Was bringt mit dieser Stab? Oh. 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 Fuck. What? What? Fuck. Ich habe eine mysteriöse Waffe. Shit. Fuck. Oh. 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 Ich habe erst mal so eine legendäre, oh du scheiße. Ich habe erst mal so eine legendäre, ein legendäres Item. Scheiße. Fuck. Nee. Hey. What? Oh mein Gott. Ich bin einfach sprachlos. Kannst du...